hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft dieses mal ein ganz neuer anfang ich mache es mit bonus chest weil sonst ist kacke mag ich nicht das ist eine geile welt der sieht ist warte der sieht es sieht schreibe ich mal hier rein für euch so dass das sieht für die welt falls sie die auch spielen wollte gehen wir da direkt mal hin würde ich sagen warum nicht irgendwie weiß ich jetzt nicht ob dir den sound vom spiel habt muss ich mal gucken gleich nachher irgendwann irgendwann okay gehen wir mal hier rein wo ich auch nicht zugeschüttet ist schön so du denn kleiner sack greift mich nicht einfach so an macht man nicht ja und das sind die alfasounds so ein resource pack ist cool gehen wir hier durch da ist ja eine druckplatte die machen wir jetzt mal schön kaputt den tnt nehmen wir auch gleich mal mit hoffentlich finden wir diamanten hoch klar ich brauch keinen sattel keine diamanten kein gar nix also außer das klar wie komm ich ja hoch die idee ich mache mir einfach eine working bench working bench also crafting table ich hab ja auch stickies und ingetis 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 chest brauch ich nicht oder doch ich war alles mit ganz böse ich bin räuber ähm ich hab hunger so ja richtig das kann man alles mitnehmen hier kann man gut gebrauchen manchmal tnt so dann gehen wir mal wieder hoch erst mal das zeug hier mitnehmen volle braucht kein mensch irgendwann mal aber noch nicht jetzt auch schön viel sandstein hoch und dennoch auf ja so 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 und so ich weiß nicht ob ihr das jetzt gehört habt aber da war wieder so ein gruseliger ton der ist ja immer wenn man irgendwo drin ist oder so was ich mach mal kurz was Adda Reset Video Settings. Manchmal ist es irgendwie besser als so wie es dann am Anfang ist. Weiß ich nicht warum, aber... Ja, guck doch hier. Sieht doch viel schöner aus und so. Da, da, wo sollen wir jetzt hin? Na, 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 na. Das hier ein. 6. So nebenbeine. Aber ich liebe die... Liebe? Liebe die... Alphatexturen und Geräusche. Guck mal, hier ist Wasser. Ah. Als ob ihr das hört, weiß ich nicht, aber... Ah. Manchmal so und so. Ja. Ja. Decreased. Besser. So. Das ist doch fein. Okay. Und das war eine ganz lange Zeit, dass... Videos gekommen sind. Ich war im Urlaub. Und... Ja. Da kann man halt schlecht Videos machen. Und ich bin am verhungern. Und ich bin am verhungern. Mano. Ich brauche Happy Happy. Oh, warte mal. Ich muss mal was probieren. Yay. Ich hab nämlich so'n Mod. More Weapon... Ne. Balkans Weapons Mod. Ich bin teuch'n Messer. Hahaha. Das ist cool. So... Lass uns mal Holz holen. Ich hab auch kein Holz. Bei all dem Zeug, das wir gefunden haben, vergisst man echt das, was man am meisten braucht eigentlich. Braucht. Braucht. Ich brauche. So. Weiter geht's. Ich bin irgendwie am verhungern. Ich brauche was zu essen. Hä? Ich bezacke? Nein. So. 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 ... Lala. Nehmen wir das mal mit? Achja. Langweilig. Hoch. So. Boah, jetzt haben wir aber viel Holz hier. Das gefällt mir. Aber wir brauchen jetzt Essen. Ich hab Hunger. Hunger. Ich ess einfach das hier. Manchmal ist das echt mehr als man denkt. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck. Siehste? Ist doch gut. Jam. War lecker. Wurde bestimmt gut konserviert. Au. So. Wie lang geht die Aufnahme eigentlich noch? Warte. Äh. Ah. Geht nämlich immer nur 10 Minuten, weil das so ne Scheiß-Demo ist vom Aufnahmeprogramm. Und ich hab keinen Bock mehr, das zu kaufen. Das Ganze. Boah. Ich würde die ganzen Teile eh nicht länger machen als... als so. Aber... Das ist eigentlich nur das Logo davon im Aufnahmeprogramm. Was... ist ja nicht so da... dramatisch. Äh. Buch. Achso. Achso. Irgendwie ein witziger Berg. Musik... Musik mag. Guck. Nee. Sieht irgendwie komisch aus. Sieht so aus wie ne Messerküste. Und ich spiele nicht in der Alpha-Version. Hä? Ich spiele nicht in der Alpha-Version. Das sieht so ein bisschen... umisch aus. Huch. Brauchen. Bisschen Stein. Stein. Stein ist wie jedermann. Hm. Ich bin da dran kommen. Und ich bin jetzt 1-3. Yay. Teenager. Ja. So. Aber das war kein Scherz, ne? Ich sein 13. Und weiter geht's. Ja. Verdammt. 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 Verdammt.